Hi, Italienis Koroma, euer High Performance Coach. Für alle, die gefragt haben, für alle, die die ganze Zeit warten, kennt ihr das Datum? Das Datum für Go For It? Hier kommt's, 5. und 6. April 2014. Es gibt ein Early Bird Special, First Come, First Fly. Also geht jetzt an den Link, holt euch das Ticket und go for it. Wir wollen Power, wir wollen Klarheit, wir wollen Fokus, so go for it. See you there.